welcome back commander wo ihr hier begrüßt wie ich das spiel gestaltet habe und ich begrüße euch mit welcome back zuschauer herzlich willkommen wieder zurück mein name ist der Segui von Zeug.de und wir spielen hier 8-Bit-Armies natürlich setzen wir die Kampagne hier fort wir sind sogar auf der Mission 4 Reifenpannen nennt sich das dann schauen wir weiter Commander uns bietet sich eine Gelegenheit wir haben mehrere Footparks lokalisiert in denen sich Schaltpläne zum Umbau von Panzer befinden wenn wir diese in den Fingern kriegen können wir unsere Fabriken umbauen um auch Panzer herzustellen es muss nicht alles zerstört werden konzentrieren sie sich auf die Footparks also wir müssen uns nur auf die Footparks konzentrieren und wir haben gesagt in der letzten Folge wir machen es mal hier normal da kriegen wir dann mehr also können wir dann Bronze Silber und Gold kriegen weil wenn wir nur Anfänger machen können wir nur Bronze verschalten und ich dachte mir komm lass uns mal Silber auch kriegen weil können wir hier ähm neue Einheiten kriegen oder so ach ne warte mal ach das müssen wir zerstören bildet sich keine Infanterieeinheiten aus boah das ist ja brutal schwer ok probieren wir uns einfach mal aus gehen wir in die Mission Reifenpanel so Reifenpanel zerstören sie alle sechs gegnerischen Footparks und es sieht schon richtig cool aus die ganze Welt sieht schon anders aus echt cool was ist das hier hallo warte mal was seid ihr da hinten ah der kann reparieren ach ist das cool ok pass auf wir müssen jetzt erst einmal hier wieder ah das ist ein Ding aber wir sollen hier keine Infanterieeinheiten ausbilden wurden uns gesagt ähm deswegen lassen wir den mal hier so aus Wache stehen wir haben drei Ziele na toll ok dann nehmen wir das hier hin da sind unsere ok alles klar da muss ich ein wenig was bekommen oh sieht echt cool aus hier die Umgebung ne was muss man schon sagen lobenswert kann man die ah man jetzt schadet man die umsatz zu fangen ja perfekt konstruktion ich brauche 350 weil wir dürfen ja keine Infanterieeinheiten ausbilden sonst kriegen wir nicht hier bilden sie keine Infanterieeinheiten aus so Bronze und Silber in 10 Minuten abschließen dann krieg ich dann krieg ich Gold was ist das hier konstruktion okay pass auf wir versuchen unser bestes mal wir bilden jetzt mal keine Infanterieeinheiten aus aber ob wir das wirklich unter 10 Minuten schaffen Bronze und Silber abzuschließen das ist sehr mal gucken was mal gucken Power Plant wie lange brauchen wir noch minus 25 konstruktion ich kann doch kein FUB also ich kann doch kein ja Panzer bauen doch ich weiß es nicht ich weiß es nicht nicht ist das blöd geworden gottetetetot die hauen meine Dingheit kaputt jetzt jetzt kann ich bauen Ja, super! Schon wieder? Hallo? Wo? Ach, hier ist ein... Ach, hier sind sie auch! Oh mein, oh mein, oh mein... Ja, jetzt halt! Also wie gesagt, wir brauchen nur Fahrzeuge! Was ist das? Tech-Labor? Ich kenne mich gar nicht aus! Schaltet die Flugkontrolle, die Artillerie, den Ingenieur, den Raketenzieler, die Radarstation und den Raketentrum frei! Alles klar! Oh, ich glaube wir brauchen wirklich einen neuen MG-Turm! So, noch schon wieder neue Fahrzeuge! So die, glaube ich auch! Ach so was ich marinig? Ja gibt's die Tag-Turm-Turm, die jetzt mal Luis Vamos Papier! Und die Glaskin-Gug Sylwork... Wir gehen quasi hier. Und das Ding nur. Maschine Gun Turret unter attack. Maschine Gun Turret complete. Konstruktion. Maschine Gun Turret unter attack. Maschine Gun Turret destroy. Wirklich zu Mission zu Mission. Das wird schwerer. Also von Mission zu Mission wird wesentlich schwerer. Okay, pass auf, wir werden jetzt hier schon mal losdüßen. Okay. Scheiße. Maschine Gun Turret unter attack. Ich fahr einfach. Wow, wo fahren die hin? Okay, die fahren jetzt einfach mal rüber. Maschine Gun Turret unter attack. Maschine Gun Turret destroy. Harvester under attack. Constructing. Structing. Okay, komm 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 komm. Schaff mal. Das schaffen wir. Den müssen sie sterben. Refinery, destroyed. Harvester, under attack. Oh my god, oh my god, oh my god. So, ich muss meine Hauptkarte hier zu zerstören. Oh, das ist unmöglich, Leute. Das ist unmöglich, nur mit den Fahrzeugen. Unter 10 Minuten. Er wird ja von allen Seiten auch angegriffen. Oh my god, oh my god, oh my god. Harvester, under attack. Okay, Leute, ich, ich geht nicht anders. Ich muss doch jetzt mal wirklich, äh, Truppen wieder ausbilden, weil es geht ja echt gar nichts, Alter. Maschine-Gun-Türritte unter attack. Ja, leider geht's ja nicht. Es schaffen wir auch nie unter den 10 Minuten zu kommen. Mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht, als wäre es nicht die Idee ausgedacht hat. Wo, 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 wo. Harvester, under attack. Wait, ich weiß nicht. Ah, ich glaube nicht. Ah, ich bin so ganz ehrlich, das. Harvester, unter attack. Oh, das ist nicht. Der repariert, der ist jetzt ja. Oh Gott, Alter, wir verlieren alle unsere Truppen. Harvester, unter attack. Komm hier runter. Ich muss mir das hier zu stellen. Und das ist ja nicht. Oha, es wird echt nicht richtig gefangen werden. Ist auch nicht viel, wenn das jetzt hier macht. So sieht das ganze aus. Na, komm. Wir müssen doch rüber, wir müssen doch rüber. Am besten hier rüber. Dann können wir das Ganze zerstören. So. Es ist alles. Ich muss das jetzt zu stellen, ich muss das jetzt zu stellen. Nein, 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 nein. Ich muss das jetzt zu stellen. Ja. Oh, 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 oh. Komm schon, komm schon. Komm schon. Komm, versterne die Zuckerzeile. Komm, wir schaffen wir. Komm schon. Die essen auch Leute drin. Das ist ja voll fies. Eil zurück, eil zurück, eil zurück, eil zurück, eil zurück. Harvester, unter attack. Okay, gut. Okay, gut. So. So. Und hier ist noch alles drin. Stop. Und hier ist die, die du weißt. Ach so, wir machen uns auf die nächste Seite. So, wir machen die Struktur. Schauen wir mal die Struktur. So, wir machen das, wir machen das, wir machen das, wir machen das. So, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Oooooooh. Oh, da haben wir auch noch nicht zu stimmen, ne? 4, 5, 6, 1, ich sehe nur 1 hier ist 1 auf jeden Fall verdammt und soll niemand da rüber rücken komm 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 ja nein oh je nein